In der Rangliste der besten Torschützen von Borussia Dortmund in der Bundesliga tummeln sich zahlreiche illustre Namen. Punkt. Mit dabei auch Marco Reus, der schon jetzt zu den besten BVB-Knipsern zählt, 42 Tore in 53 Spielen für den BVB 4-4 Tor in 230 Spielen für den BVB 4-7 Tor in 187 Spielen für den BVB 4-7 Tor in 119 Spielen für den BVB 4-9 Tor in 302 Spielen für den BVB 5-9 Tor in 138. Spielen für den BVB 6-0 Tore in 198 Spielen für den BVB 7-1 Tor in 228 Spielen für den BVB 7-4 Tor in 131 Spielen für den BVB 7-8 Tor in 159 Spielen für den BVB 9-8 Tor in 144 Spielen für den BVB 1-0 2 Tor in 218 Spielen für den BVB 1-1 5 Tor in 183 Spielen für den BVB 1-0 2 Tor in 218. BVB 1.3.1 Tore in 463 Spielen für den BVB 1.3.5 Tore in 224 Spielen für den BVB 1.3.